Und dann sagt der Autor, also Imam Ahmed, zum Schluss hier, und dass man die Philosophie unterlässt. Und die Philosophie ist gerade in der heutigen Zeit, auch gerade in Deutschland, eine Sache, die sehr am Wachsen ist, die von den verschiedensten Gruppen eingesetzt wird, seien es die Jahmiyyah, seien es die Asha'ara, seien es die Maturidiyah. Weil sie alle kommen mit diesem Ilmul Kalam und Philosophie und versuchen sogar tatsächlich Grundlagen in der Religion, aufgrund von der Philosophie, zu verstehen und zu argumentieren und zu beweisen und so weiter. Und der Weg von Ahle Sunna ist, dass er diese Philosophie ganz beiseite lässt. Ja, dass er sie ganz beiseite lässt, denn der Islam ist, wie man sagt, el ist Islam, dass du dich ergibst. Das heißt, dass du dich Allah subhanahu wa ta'ala untergibst und nicht deinen Verstand in Sachen reinfügst, wo dein Verstand zu klein dafür ist. Denn die Wahrheit wirst du niemals komplett mit deinem Verstand verstehen. Die Gelehrten sagen, die Wahrheit ist wie ein Meer und der Verstand ist wie ein Glas. Du kannst mit diesem Glas etwas von diesem Meer aufnehmen, von dieser Wahrheit aufnehmen, aber es ist begrenzt, das Glas. Du wirst niemals das Ganze mehr an dieses Glas bekommen. Und genauso ist es auch mit der Wahrheit. Du wirst niemals die ganze Wahrheit durch deinen Verstand verstehen können. Ja, und deswegen, das was gefordert ist, ist, dass du dich den Texten unterwirfst. Und selbst wenn offensichtlich, wie er auch schon gesagt hat, die Texte und der Verstand, sie sind niemals in einem wirklichen Widerspruch. Aber selbst wenn die, ich sag mal, offensichtliche Bedeutung sich widerspricht, dann stellen wir als Ahle Sunna nicht den Verstand über die Texte und verleugnen die Texte und verändern die Texte, nur damit unser Verstand sozusagen zufrieden ist. Sondern wir ordnen den Verstand, den Offenbarungstexten unter. Denn der Verstand wird vom Menschen eingesetzt und der Mensch macht Fehler und er macht auch manche Sachen richtig. Aber die Offenbarung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala und von Allah subhanahu wa ta'ala kommt nichts Falsches. Und deswegen, diese Philosophie, wir lassen sie, ja, und das war auch der Weg, wenn man sich die Gelehrten anschaut, die Gelehrten von Ahle Sunna, ja, das war ihr Weg, dass sie sich nicht mit dieser Philosophie, ja, nicht beschäftigt haben, sondern im Gegenteil, dass sie sehr hart gegen die Philosophen gesprochen haben, wie zum Beispiel von Imam al-Shafi'i berichtet wird, dass er gesagt hat, mein Urteil über die Leute, über diese Philosophen ist, dass man sie auspeitscht, ja, und sozusagen um die Häuser sozusagen oder um die Sippen sozusagen, ja, rumführt, ja, und dann sagt, das ist die Strafe für denjenigen, der den Koran und die Sunna weggelassen hat und sich der Philosophie zugewandt hat. Meine Damen und Herren,